Ja, ich habe mir wirklich so viel Foundation aufs Gesicht geklatscht und so sieht das Ganze nach ca. 5 Stunden aus. Ich bin jetzt mehr als ready, das Ganze abzuschminken. Ich glaube, ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie so viel Foundation drauf und wenn ich das sage, dann heißt das auch was. Und ich dachte mir, um jetzt zu schauen, wie viel ich wirklich auf meinem Gesicht habe, schauen wir, wie viele Wattefetts ich brauche, um das Ganze abzuschminken. Ich verwende dafür einfach ein Micellenwasser. Normalerweise für mein Tagesmake-up brauche ich so 1-2. Ich habe übrigens heute auch Make-up auf meinem Hals, das heißt, wir starten jetzt mal hier. Wir sind noch nicht mal beim Gesicht und die eine Hälfte ist schon komplett voll. Nichts ist heute dran. Okay, nee, es ist Zeit für ein Neues. Ich hatte übrigens auch echt viel Foundation in meinen Augenbrauen und meinen Wimpern, das war echt schwer, da drüber zu schminken. Ähm, pff, nächstes. Ich schmink mich übrigens meistens mit meiner Reinigung in der Dusche, aber ich finde, das geht viel schneller und ist nicht so eine Verschwendung. Aber ich wollte das unbedingt testen. Und ich bin halbwegs abgeschminkt und habe tatsächlich nur drei Wattepads verwendet. Die sind aber PUM voll. Okay.